Hallo, ich bin's diesmal, der Chris. Heute mal ganz anders, beide beim schlafen. Ja, wir hatten es ja schon angekündigt gehabt, Leo lässt sich entschuldigen. Wir werden aufhören, ein Gameplay von Sims zu machen. Wird nicht gerade so gesehen, fast gar nicht. Darum die Informationen für die, die es sehen, sehen sollten. Ich mach mal Start, dann können wir schlafen. Ja, wie gesagt, wird nicht so gesehen und Leo hat auch nicht so die Zeit, kann sie sich gerade nicht freischaufeln, sag mal, um dieses Gameplay noch zusätzlich zu begleiten. Wie gesagt, wir haben ja Arc Age. Momentan ist sie auch öfter mal aktiv bei Blade & Soul. Die normalen Aktivitäten des täglichen Lebens bleiben ja nicht aus. Genau. Und somit, wie gesagt, noch mal eine kurze Info zum Abschied. Wir bedanken uns bei denjenigen, die zugeschaut haben und ist immer so, der Montag ist nicht verschenkt. Jetzt zumindest in einer Stunde später beginnt ein anderes Gameplay von mir. Mal gucken, wie das so ankommt. Ob ich auch einmal in der Woche mache oder auch öfters in der Woche. Wir werden mal sehen. Ich bedanke mich zumindest für das Zugucken. Mein Gott. Und ja, bis dann. Bleib auf unserem Kanal. Tschüss. Sollte besser funktionieren. Hat aber nicht. Tschüss. Sollte besser funktionieren.